Die L60 ist ab sofort aus Richtung Kleinleibisch in Richtung Lichterfeld wieder befahrbar. Kraftfahrer müssen vorerst dem Verkehrszeichen Kurve rechts folgen, um kurz danach über die asphaltierte Umfahrung Schwarze Keute nach links in Richtung Finsterwalde zu gelangen. Ab dem 8. April erfolgt dann die Vollsperrung des Verbindungsstückes der L60 von Lauchemer Ost ab 2 Kosterbrauer Straße bis kurz vor die Baustellung Schwarze Keute in beiden Fahrtrichtungen. In diesem Bereich erfolgt in den kommenden Monaten der Komplettrückbau der Straße, das Einbringen eines Geogitter bewährten Sicherungspolsters und der Straßenoberbau. Die Umleitung von Kosterbau kommend verläuft großräumig über Lauchemer Ost, Mitte und Kleinleibisch.